Unglaublich! Ein Gesetzesentwurf, der die Finanzierung politischer Stiftungen regelt, hat in der politischen Landschaft für Unruhe gesorgt. Die Unzufriedenheit brodelt, insbesondere mit Blick auf die mögliche Benachteiligung der Desiderius Erasmus Stiftung, die der AfD nahesteht. Der Kern des Unmuts liegt in der geforderten Gesetzesänderung durch das Bundesverfassungsgericht, um eine Benachteiligung bestimmter politischer Stiftungen zu verhindern. Die Kritik richtet sich gegen die Bedingungen, die im Gesetzesentwurf aufgestellt wurden. Insbesondere die Anforderung, dass eine Partei in mindestens drei aufeinanderfolgenden Legislaturperioden mit Fraktionsstärke im Bundestag vertreten sein muss, um Finanzierungen zu erhalten. Dies wird als eine Art von Diskriminierung gegen neuere Parteien wie die AfD gesehen, die seit 2017 im Bundestag ist. Der Gesetzesentwurf enthält auch eine Klausel, die verfassungsfeindliche Prägungen als Ausschlusskriterium für die Finanzierung festlegt. Ein Punkt, der als schwammig und möglicherweise als politisches Instrument zur Ausgrenzung unerwünschter Parteien kritisiert wird. Die Diskussion um den vorgeschlagenen Gesetzesentwurf beleuchtet die zugrunde liegende Debatte über politische Fairness und die Rolle des Staates in der Finanzierung politischer Bildungsarbeit. Während Befürworter des Entwurfs argumentieren, dass etablierte Parteien und ihre Stiftungen eine bewährte Spur von Beiträgen zur politischen Bildung haben, sehen Kritiker in den festgelegten Bedingungen eine Möglichkeit zur politischen Diskriminierung und ein Hindernis für den politischen Wettbewerb. Der Fall der AfD und ihrer nahestehenden Stiftung zeigt die Schwierigkeiten auf, die neuere politische Akteure in einem System erleben können, das in der Kritik steht, etablierte Parteien zu begünstigen. Die Bedingungen, die im Gesetzentwurf aufgestellt wurden, könnten als eine Barriere für neuere Parteien gesehen werden, die sich bemühen, ihre Präsenz im politischen Raum zu etablieren. Die jüngsten Umfragen zeigen eine Verschiebung der Wählerpräferenzen und die Kritiker des Gesetzes argumentieren, dass solche Gesetzgebungsversuche nur dazu dienen, das politische Pendel weiter in Richtung neuerer und oppositioneller Parteien zu schwingen. Die Frage, wie politische Stiftungen finanziert werden sollten, bleibt ein strittiger Punkt, der die Spannungen zwischen den traditionellen und neuen politischen Kräften im Land verdeutlicht.